Ihr habt euch schon immer gefragt, wie das Leben als YouTuber aussieht? In diesem Spiel finden wir es zusammen heraus. YouTube live und ab geht es! Es geht sofort ins Game. Hallo, würdest du gerne ein kurzes Tutorial machen? Nein, hau ab! Ha, natürlich mache ich ein kurzes Tutorial. Das ist deine Wohnung. Hier wirst du deine Videos hochladen und ein ganz großer, berühmter YouTuber werden. Wenn du reich bist, kannst du hier größere Wohnungen kaufen. Öffne diese Truhen, um starke Upgrades zu erhalten und deine Videos noch besser zu machen. Hier kannst du neue Komponenten für dein Gaming-Set-Cup kaufen. Bla, 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 alles klar. Ich weiß auf jeden Fall Bescheid. Unser heutiges Ziel wird es nämlich sein, der größte YouTuber der ganzen Welt zu werden. Mit Millionen von Abonnenten. Oh ja, und wir starten gerade mit null Abonnenten. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall einiges vor uns. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mal verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und es gibt mir wie du jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir spielen mal heute zusammen YouTube Live. Und in diesem Game schauen wir uns mal das Leben als YouTuber an, wo wir anfangen bei null Abonnenten und Videos hochladen, schneiden und noch vieles, vieles mehr unseres Leben als YouTuber anschauen. Und so ganz, ganz viele Abonnenten bekommen. Und als erstes, Freunde, steht da schon, gehen wir in den Gaming-Shop, um das Novo-Mikrofon zu kaufen. Alles klar, dann würde ich sagen, klopf, klopf. Hier kommt ein sehr erfolgreicher YouTuber mit null Abonnenten. Oh, ja, rein. Und ich hätte gerne ein Yo-Mikrofon. Yo, der macht einen Vlog hier mit seiner Kamera. Alles klar, was gibt es denn hier? Super, geh jetzt zu dem Mikrofon. Ah, das sind hier die ganzen PCs und sowas. Alles klar, was gibt es hier noch? Okay, ich glaube, das sind auch hier... Oh, ganz, ganz viele verschiedene PCs. Von richtig günstigen zu richtig teuren. Alles klar. Hier sind auch so ein paar Monitor und hier sind die Mikrofone. Ihr seht jetzt, das Ganze kostet... Oh, 500 Dollar, das Novo-Mikrofon. Okay, verlassen Sie jetzt den Gaming-Shop. Ja, ja, alles klar, ich gehe schon. Das klingt nach einer richtigen Drohung, ey. Gute Arbeit und jetzt geh rüber in deine Wohnung. Uh, das hier ist anscheinend hier meine Wohnung, wo ich als YouTuber lebe und wahrscheinlich auch meine Videos und sowas produziere. Drücke den Bauhammer auf der linken Seite, um mit dem Einrichten zu beginnen und ein... Ah, Bett zu platzieren. Alter, warte mal, hab ich nicht mein Bett? Wo hab ich denn die ganze Zeit gepennt auf dem Boden oder was? Alles klar, hier gibt es Spaß-Items. Ah, okay, okay, ich verstehe schon. Dann gibt es hier Tische, gibt es hier auch noch am Start, Kühlschränke und ganz, ganz viele Einrichtungssachen. Aber wir brauchen ein Bett, genau. Wir holen mal, äh, hier das günstigste Bett. Wie könntest du das leisten? So, dann können wir das Ganze, ah, hier so drehen. Und dann würde ich sagen, so, wir können das Ganze ja mal so hier in die Ecke stellen. Hier ist jetzt unser Bett. Gute Arbeit, jetzt verlassen Sie den Baumodus. Jo, jo, wird sofort gemacht. Bevor du ein Video aufnimmst, solltest du schauen, dass deine Stimmungsenergie und, ah, Hungerbalken bei 100% liegen. Ihr seht es, ja, ja, ja. Um unsere Energie zu erhöhen, müssen wir uns ins Bett legen. Hallo? Ich will schlafen. Ich bin müde. Mjam, mjam, mjam. Penne ich jetzt? Alles klar, jetzt können wir uns, mjam, 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 ach, hinlegen. Und ihr seht es, ah, unsere Energieleiste wird damit erhöht. Oh, ja, und, oh, guten Morgen. Oh, das reicht erst mal. Zehn Sekunden geschlafen. Und hier können wir jetzt hier, ah, unsere Zephrina hält. Indem wir ein bisschen zocken und sowas. Und ein bisschen Ausruhen gehört natürlich auch dazu. Nicht nur den ganzen Tag hart arbeiten. Ihr seht es, jawohl. Jetzt sind wir happy. 100% und 78% Essen haben wir nur. Um deinen Hunger zu erhöhen, kaufe es im Kühlschrank. Alles klar, wir gönnen uns mal. So ein schönes Wasser gönnen wir uns. Und gluck, 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 gluck. Ah, das tat gut. Oh, ja. Je höher die Balken sind, desto besser performen deine Videos. Also vergiss nicht, die Folge zu bitte halten. Gut gemacht, lass uns jetzt ein Video aufnehmen. Sitze auf den Stuhl, um den Computer zu verwenden. Ah, alles klar, ich setze mich hin. Das kriege ich noch hin und... Ah, jetzt können wir hier verschiedene Games aufnehmen. Ihr seht es, wir haben bis jetzt nur The Murder 2 ausgerüstet. Cops and Robbers gibt es, House Simulator, Block 7, Adopters und was auch immer das hier ist. Das wird verschwert. Aber wir können im Moment The Murder 2 aufnehmen. Oh, ja. Und, yo, Freunde, willkommen. Ah, wir müssen jetzt hier... Ab geht es zu Murder 2. Oh, mein Gott, der war Mörder. Er hat mich erledigt. Ha, ha, ha. Und großartige Arbeit. Ha, ha. Das war jetzt einfach ein Video, wenn es so einfach wäre. Und, ah, was? Wie cool ist das denn? Jetzt sind wir hier im Schnittprogramm und wir können jetzt... Ah, schneiden unser Video. So, einmal natürlich hier schneiden. Natürlich gehört zu der Aufgabe eines YouTubers, nicht nur das Video aufzunehmen, sondern auch zu schneiden. So, alles klar und Freude. Okay, Video beendet. Bereit für das Hochladen. Okay, starke Leistung. Drücke jetzt den Knopf, um das Video hochzuladen. Okay, hochladen und veröffentlichen. Und unser allererstes Video geht jetzt online. Wie cool ist das denn? Das ist richtig cool gemacht, muss ich sagen. Das wird jetzt hier... Ihr seht jetzt unser Mikrofon, was wir geholt haben. Wir haben unser ganzes Gaming-Setup. Und wir haben sogar unser Video jetzt geschnitten. Und jetzt wird es hochgeladen. Und, komm schon, Freunde, bin ich jetzt Millionär? Geht das so einfach? Aha, ich glaube nicht. Perfekt. Weiter, Sohn. Wow, mein Video ist online. Ihr seht es. Wir haben 200 Aufrufe gemacht. Und, alter, 60 Abonnenten haben wir. 70 Abonnenten. Oh, mein Gott, wir haben die 100 knacken. 80 Abonnenten. 90 Abonnenten. Und 93 Abonnenten. Sehr, sehr gut. Jetzt verlassen deine Wohnung. Okay, ich gehe ja schon. Alles gut. 93 Abonnenten haben wir jetzt tatsächlich gemacht. Wie heftig ist das denn durch das allererste Video? Das bedeutet, der Fleiß und die Belohnung zahlen sich auf jeden Fall aus. Benutze die 100 Juw, um meine Truhe zu öffnen. Alles klar. Ja, ja, ja. Ich öffne ja schon die Truhe. Vielleicht bekommen wir da irgendwas Krasses raus. Was können wir denn hier überhaupt rausziehen, Freunde? Wir schauen mal. Ah, einen WiFi-Router. Eine Kaffeemaschine. Okay, Kaffeemaschine. So, lautsprechende Jukebox-Goldbars. Und einen epischen WiFi-Router. Also, Internet können wir auf jeden Fall rausziehen. Und, Freunde, wir bekommen... WiFi-Router? Alter, ich dachte, das wäre der epische Kurz. Haha. Dann wäre ich aber hier ausgeflippt, verdammt nochmal. Super, du kannst es platzieren, indem du im Bau-Bundes auf Rucksacks gehst und auf Upgrades. Du weißt alles, was du wissen musst. Vielen Dank für das Bänden des Stories. Äh, Hilfe? Was mache ich jetzt alleine? Haha. Okay, das bedeutet, Freunde, wir sind jetzt hier tatsächlich auf uns alleine gestellt. Und wir sind auch am Anfang von unserer YouTuber-Karriere. Und das bedeutet, wir müssen jetzt auf jeden Fall so als allererstes hier diesen WiFi-Router... Wo haben wir das Ganze? So fast, egal. Es ist Spaß. Warte mal, haben wir hier irgendwas. Upgrades vielleicht. Router. Ah, tatsächlich, Freunde. Guckt euch das Ganze mal. Und was? Einer hat den 100.000-Play-Button bekommen. Es gibt sogar Play-Button. Sondern würde ich sagen, platzieren wir das Ganze so hier. Und hier haben wir jetzt den Router auf jeden Fall am Start. Womit wir hier wahrscheinlich schnelleres Internet oder so, denke ich mal, haben. Alter, nicht pennen. Obwohl, komm, wir pennen erstmal. Und natürlich, Freunde, ihr seht es, müssen wir ein bisschen was zum Snacken. Was gibt es denn noch hier? Milch. Komm, für 20 Dollar. Gluck, gluck, gluck. Gönnen wir uns auf jeden Fall auch. Weil, wenn unser Essen uns was voll ist, hat der ja gesagt, dann performen unsere Videos natürlich auch besser. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen würde ich sagen, fressen wir uns jetzt hier voll. Noch einen Apfel gönnen wir uns. Miam, miam, miam. Ganz schön teuer. 50 Euro für den Apfel. Und jetzt heißt es wieder, wir setzen uns ans Video dran und nehmen Mörder 2 aus. Jo, Leute, was geht ab? Willkommen zum zweiten Teil von Mörder 2. Der erste Teil ist hier großartig angekommen. Und deswegen würde ich sagen, okay, Video fertig. Gute Arbeit. Das geht wirklich sehr schnell. Und jetzt, Freunde, sind wir wieder im Schnittprogramm. Perfekt geschnitten. Okay, Freunde. Ah, Mist. 70 Prozent. Und komm schon. Gut, 91 Prozent. Alles klar. Und, okay, okay, okay. Sehr, sehr gut. Auflaube 100 Prozent. Schneiden. 87 Prozent. Ja, ich bin noch nicht der Beste im Schneiden. Ich fange gerade erst an mit meiner YouTube-Karriere. Habt noch ein bisschen Mitleid mit mir. Da wird das Video auf jeden Fall hochgeladen. 60 Prozent. 70 Prozent. 80 Prozent. Und ich würde sagen, komm schon, komm schon, komm schon. 100 Prozent. Das Video ist hochgeladen. Und währenddessen müssen wir auch ein bisschen an unserer Zufriedenheit arbeiten. Nicht zu viel arbeiten, Freunde. Natürlich auch, Alter, 1000 Aufrufe hat das mittlerweile unser zweites Video. Und was, wir bekommen immer mehr Abonnenten und natürlich Geld und Jubiläen. 287 Abonnenten haben wir dazu bekommen. Und das bedeutet insgesamt 381 Abonnenten. Wie heftig ist das denn? Alles klar. Freunde, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier ganz, ganz am Anfang von unserer YouTube-Karriere natürlich hier ganz, ganz viele Videos aufnehmen. Zack und jawohl. Okay, Video Nummer 3 ist auch im Kasten. Das bedeutet, ich öffne das Schnittprogramm. Rasenmeer wieder angekommen. Ach, guck sich das Ganze an. Hier ist sogar Mörder. Richtig cool gemacht. Ey, und oh mein Gott, da erledige ich ihn fast. Und komm schon. Und ich bin hier ein Stück voraus. Was wird als nächstes passieren? Nein, ich wurde erledigt einfach, oder was? Okay, hochladen und veröffentlicht. Und während das Ganze veröffentlicht würde, würde ich sagen, gehen wir mal ab nach draußen. Und schauen uns mal hier ein bisschen draußen in der Welt um. Yo, Vitamine, was geht bei dir ab, Homie? Hey, kannst du aufhören in meine Wohnung einzubrechen? Was geht da? Ganz, ganz viele Leute wollen natürlich ihren Job als YouTuber gut machen. Unser drittes Video ist online. Und wir bekommen immer mehr Abonnenten und mehr Aufrufe dadurch. Ab geht es 1600, oh, 1700, 800 und 2000 Aufrufe hat unser drittes Video. Und 470 Abonnenten haben wir dazu gemacht. Was gibt es hier? Okay, es gibt ein Eier anscheinend hier zu kaufen. Dann gibt es hier die verschiedenen Kissen. Und ansonsten, ah, Wohnungsupdates gibt es auch bald drei Tage anscheinend. Aber wir müssen erstmal hier weitere Upgrades kaufen. Ich meine, wir haben ja einiges an Geld ein bisschen verdient hier. Ja, ja, wir haben natürlich hier fleißig gearbeitet. Und das, yo, yo, warte mal, können wir mit dir besprechen? Yo, what's up, Cedix Roblox? Hello, das ist der Gaming Shop. Ah, du kannst Deutsch, oh, sorry, wusste ich nicht. Du kannst dir verschiedene Sachen für dein Setup kaufen. Ja, ich weiß doch schon. Ja, 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 bla, 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 bla. Hallo, wie viel, der Lame hat mich voll. Ich komme gar nicht weg von dem so. Okay, wir schauen uns mal. Ein Mikrofon, Freunde. Haben wir uns eigentlich gegönnt? Können wir uns mal so einen Bildschirm oder irgendwie so was können? Hier gibt es sogar PCs. Alter, wie heftig ist das denn? 560.000. Aber wir können uns, ihr seht es, für 57 Dollar den Novo Monitor kaufen. Alles klar, gibt es hier noch irgendwas? Hier sind noch so PCs. Novo PC für, ah, 1.000 Dollar. Dafür reicht es leider nur nichts aus. Alles klar, 380 Billionen. No, so viel Geld haben wir leider auch nicht am Start. Es gibt Monitore, Computer und Mikrofone. Was ist das? Ist das eine Webcam oder irgendwie so was? Genau, eine Kamera gibt es hier. Uh, dann gönnen wir uns auch noch eine. Komm, wir machen dann mal Facecam-Videos, Freunde. Oh ja, habt ihr denn eigentlich mal Bock auf Facecam-Videos, Freunde? Ha, viele schreiben es ja auch immer in die Kommentare, dass ich mal Facecam machen sollte. Aber ich weiß nicht. Wir werden mal schauen, ob in diesem YouTuber-Live-Simulator, ob das Ganze überhaupt was bringen, Facecam-Videos zu machen. Und ob dann hier, ähm, die ganzen Leute das überhaupt feiern werden, diese Facecam-Videos. Als erstes würde ich sagen, snacken wir uns eine Milch. Und bevor wir ans nächste Video gehen, müssen wir erstmal pennen. Ihr seht es, 76% bin ich. Und das bedeutet, ich muss mich erstmal ausruhen nach unserem allerersten Tag als YouTuber. Das war wirklich ein stressiger Tag. Aber, oh, guten Morgen. Da sind wir wieder am Start. So, was können wir jetzt hier bauen? Ihr seht es hier, wir haben ja Möbel und sowas am Start. Aber Tische, äh, warte mal, ich glaube, das müsste dann bei, nee, nee, bei Upgrades müsste das Ganze sein. Genau. Oh, okay, entscheide doch nicht. Ah, oder haben wir das Ganze schon automatisch ausgerüstet. Ich verstehe schon. Aber, Freunde, ich würde sagen, komm, lass uns mal hier so so eine kleine Zimmerpflanze auch ein bisschen gönnen. So hier, so ein Kaktus. Den stellen wir mal hier in diese Ecke. So, let's go. Damit das Ganze natürlich auch ein bisschen schöner hier aussieht. Und, okay, dann würde ich sagen, komm, wir spielen noch ein bisschen, um unsere Zufriedenheit zu erhöhen. Und dann gehen wir hier, let's go, uns ab ins vierte Video. Und ich glaube, mit wie viel, oh, was ist das denn hier? Kommentare. Nicht lustig. Dieses Video ist so schlecht. Du bist der schlechteste YouTuber. Lustigstes Video ever. Aha. Wenigstens einen Fan habe ich. Also, Spiele, was geht denn da ab? Alles klar, so hier. Ja, alles klar, das sind hier die Kommentare. Ah, ich konnte die einfach löschen. Ja, weg mit euch, Hater. Und euch braucht keiner. Oh, ich habe einfach die Kommentare jetzt gleich. Okay, aber ich würde sagen, jo, jo, jo. Aber alle meine Fans, oder den einen Fan haben meine Videos. Schaut, was geht da ab? Vielen Dank für eure netten Kommentare. So, da haben wir auch das nächste Video aufgenommen. So, dann müssen wir das Ganze natürlich, ups, 71% schneiden. So, ich glaube, schneiden. Aha. Müssen wir ein bisschen lernen. Und, komm schon, ja, ja, ja. Aber wir werden wirklich immer und immer... Oh, besser. Okay, 83% ist in Ordnung. Da wird das Ganze natürlich auch hochgeladen. Und in der Zeit snacken wir uns direkt was, Freunde. Dann werden wir direkt ins nächste Video kommen, Freunde. Ein Video nach dem anderen muss aufgenommen werden. Im YouTuber Life Simulator. So, essen. Okay, dann noch ein bisschen. Wir müssen jetzt 100% haben. So, noch ein Wasser. Alles klar. So, und dann das Video wird hochgeladen. Ihr seht, wie viele Abonnenten wir machen. Und in der Zeit würde ich sagen, jo, 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 wir zocken ein bisschen. Oh mein Gott, 500 Abonnenten haben wir durch das eine Video gemacht. 600, komm schon, 700. Und, alter, 800 Abonnenten. Das bedeutet, wir haben hier 1000 Abonnenten jetzt hier tatsächlich nicht geknackt. Darauf erstmal schlafen gehen, Freunde. Ha, das war ein stressiger Tag. Alles klar. Und dann würde ich sagen, Freunde. Okay, 10.000 Abonnenten brauchen wir, um das nächste freizustellen. Dann würde ich sagen, jo, vielen, vielen Dank, Freunde. Zu 1000 Abonnenten und willkommen zu einem weiteren Teil von Murder Mystery. Oh ja, das habt ihr irgendwie nicht satt, ne? Mein fünftes Video und alle fünf davon waren Murder Mystery. Immer das gleiche Video, Freunde. Ich dachte einfach fünfmal das gleiche Video. Und keiner checkt es einfach und die denken sich, jo, jo, coole Videos, muss ich sagen. Ja. So, dann schneiden wir das Video natürlich auch. Zack, 86% Stein. Alles wird hier hochgeladen. Let's go. Jo, 1000 Abonnenten. Einfach nur durch dieses eine Video gemacht. Wie heftig ist das denn? Okay, das lohnt sich ja mega. Okay. Jo, 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 was geht ab? Willkommen zum nächsten Video. Äh, wieder Murder Mystery. Ja, ja, ja. Es gibt hier viel Abwechslung auf meinem Kanal. Aber naja. So, dann würde ich sagen, komm, wir schneiden das Ganze. Was? Der Roboter greift an. Warte mal, warte mal, warte mal. Was für ein Roboter? Freunde, jetzt ganz schnell das Video schneiden. Ist mir egal, wie das Video wird. Auch wenn die Qualität jetzt nicht so gut ist. Aber, Freunde. Komm schon, komm schon. Direkt hochladen. Direkt hochladen. Ab geht es. Was für ein Roboter greift an. Wir gehen nach draußen. Jo, Leute. Ähm, da bin ich wieder hier aus meinem Haus rausgekommen. Ha, das ist einfach ein Schlumpfer. Der macht auch YouTube. verpasst. Alles klar. Aber, den nächsten Kampf müssen wir uns merken. Okay, okay. Oh mein Gott. Unser Video macht 4000 Aufrufe. 5000 Aufrufen. Über 1000 Abonnenten. Mit einem Video geklappt. Hä? Hier gibt es sogar Handys. Guckt euch das Ganze mal an. Ja, das können wir mit verschiedenen Abonnenten freischalten. Mit 5000 Abonnenten können wir uns das Handy freischalten. Yo. Was geht ab, Settings Roblox? Mein Job ist das Handy zu verkaufen. Was ist das? Willst du auch eins? Hör zu, Kleiner. Handy ist normalerweise nicht gratis. Aber ich werde dir gratis ein Handy geben, wenn du 5000 Abonnenten erreicht hast. Was? Ja, ja, ja. Und damit können wir wahrscheinlich vloggen hier mit unserer Kamera. Neue Kommentare. Oh Gott, wieder so ein Hater-Kommentar. Dieses Video war langweilig. Ich liebe alle deine Videos. Alles Glocke. Ein paar Fans habe ich. Auf jeden Fall noch auf meiner Seite. So, Freunde. Komm schon. Wir sind jetzt auf einem guten Weg dabei. Die 10.000 Abonnenten zu knacken. Das läuft wirklich sehr, sehr gut. Aber natürlich müssen wir jetzt hier die ganze Zeit hier Videos machen. So, wir laden einfach wieder das gleiche Video. Einfach das Murder Mystery Video hier von Roblox. So, dann müssen wir das Ganze natürlich hier noch schneiden. Aber dann sind wir auf jeden Fall. Boom. Fertig. Alles klar. Weiter geht es mit hochgeladen. 5.600 Abonnenten haben wir mittlerweile. Und mal schauen, Freunde. Wie viele Abonnenten werden wir durch dieses Video bekommen. Und mal schauen, ob es hier irgendwas gibt hier. Sogar, was wir uns hier noch freischalten können. Es gibt natürlich hier Möbelbetten gibt es hier. Wir können unser Bett natürlich auch upgraden. Wow. Ab geht es. Die Abonnenten schießen auf jeden Fall in die Höhe. So, Dekoration, okay. Das Ganze war Pflanzen. Regale. Komm, wir können uns mal so ein Regal für 2.500 Dollar. Okay, das ist ganz schön teuer. Ich würde sagen, wir können uns das hier für 200 Dollar. Gönnen wir uns einfach mal so ein Regal. So, das stellen wir mal einfach. So, einen Moment. So, hierhin. Perfekt. Alles klar. Und hier können wir dann unsere Playbuttons oder sowas vielleicht reintun. Falls wir dann irgendwann, ja, meinen Playbutton haben. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht es. 7.500 Abonnenten. Du verdienst viel mehr Abos. Oh, ja, dankeschön. Coole Video. Dankeschön. Nicht lustig. Weg mit dir. Einfach wegbudden. So, dann würde ich sagen, komm schon, Freunde. Das könnte jetzt vielleicht unser allerletztes Murder Mystery Video sein. Und wenn wir das Ganze geschafft haben, dann haben wir vielleicht ein neues Game freigeschaltet. Wunderbar. Oh, ja, vielen Dank. Das wäre wirklich sehr, sehr krass. Sondern das bedeutet, oh, 99,8%. Holy Macaroni. 89,9%. Komm schon. Jetzt hier der Meisterschnittmaster ist am Start. Alles klar. Zack. 93%. Das Ganze wird hochgeladen. Und in der Zeit, wo das Ganze hochgeladen wird, würde ich sagen, komm schon. Wir haben wieder einiges an Geld gefahren. 5.000 Dollar. Und damit gönnen wir uns mal hier ein paar neue Upgrades. Mal schauen, was es hier noch so alles gibt. Ich glaube, es gab hier einen besseren PC oder sowas. Oh, für 3.500 Dollar, würde ich sagen, gönnen wir uns den PC ab. Der ist jetzt direkt auf meinem Schreibtisch drauf. Juh. Neue Abonnenten kommen dazu. Und hier, da können wir uns direkt hier, zack, auch ein neues Mikrofon hier gönnen. Sehr, sehr krass. Okay, dann würde ich sagen, sollte das Ganze hoffentlich ausreichen. Wir haben wieder unser YouTuber-Equip auf jeden Fall verbessert. Und das bedeutet, oh mein Gott, wir stehen kurz vor den 10.000 Abonnenten. Alter, Leute. Abonniert fleißig. Habt ihr meinen Kanal abonniert? Wollt ihr mich abonnieren? Die machen auch alle YouTube-Videos. Die gehen alle hier in ihre Wohnungen rein und produzieren natürlich hier fleißig YouTube-Videos. Komm schon, Freunde. Komm, 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 komm. Noch ein letztes Murder-Mystery-Video. Und wenn wir das Ganze jetzt hier auch fertig aufgenommen haben, dann werden wir es hoffentlich schaffen. Und die 10.000 Abonnenten erreichen. So, perfekt. Alles klar, Freunde. Jetzt ganz, ganz schnell. Ich kann es kaum abwarten. Ich bin so aufgeregt. Jetzt hier natürlich hier noch unser Video schneiden. Alter, okay, das war nicht gut geschnitten, muss ich sagen. Aber dafür das, hier umso besser geschnitten. Alles klar. Boom. Zack. Weiter geht es. Das Ganze wird hochgeladen. Und ich würde sagen, in der Zeit, Alter, 66% Essen. Lass uns mal hier... Was haben wir noch? Sala, 250 Dollar. Oh, ganz schön teuer. Aber dafür gesund. Und ja, ich muss mich natürlich auch hier gesund ernähren als YouTuber. Da natürlich hier, Alter, nur 66% glücklich war ich. Ich glaube, das wird jetzt bestimmt nicht so abgehen, weil meine Werte nicht so hoch waren. Aber, Freunde, oho, 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 10.000 Aufrufe, 2.000 neue Abonnenten. Nee, ich kann mich nicht beklagen. Sogar 3.000 neue Abonnenten. Und darauf gehe ich erst mal pennen. Aha. Und wir haben wirklich 12.000 mittlerweile. 12.000 neue Abonnenten erreicht. Wie heftig ist das denn? Alles klar. Und das bedeutet, wir sollten doch jetzt eigentlich ein neues Game freigeschaltet haben. So, hör auf mit YouTube, hat der kommentiert. Ja, ja, unter Cops and Robbers, Freunde. Aha. Wir können mittlerweile Cops and Robbers aufnehmen. Wie cool ist das denn? Yo, Leute. Ihr wolltet ein neues Spiel und deswegen viel Spaß mit dem heutigen Cops and Robbers-Teil. Haha. Das ist sehr, sehr krass. Und... Alter, guck mal. Da ist der Polizist. Und der, der greift den Gefangenen hier an. Was passiert als nächstes? Alter, der schlubst in die ganze Treppen runter. Der Armut. Oh Gott. Der landet, glaube ich, im Müll. Ey, guckt euch mal an. Okay, Leute. Ich glaube, das war's nicht. Wenn ihr Bock auf eine Fortsetzung habt, schreibt's in die Kommentare. Haha. So, das Ganze wird jetzt auf jeden Fall hochklart. Ah, wir haben sogar hier ein neues Mic am Start. Unser neues Mikrofon. Und ich glaube, was haben wir noch gekauft? Genau, den PC. Einen neuen Computer haben wir gekauft. Und damit sollte unsere Leistung auf jeden Fall jetzt hier viel, viel besser sein. Oh, das Video wird hochklart. Ich bin total aufgeregt. Und, yo, oh mein Gott. Okay, es geht richtig ab. Endlich mal ein neues Game. Die Leute haben ein bisschen Abwechslung. Der Roboter greift an. Leute, oh mein Gott. Sorry, ich kann eure Kommentare nicht lesen. Der Roboter. Jetzt ganz, ganz schnell. Da drüben ist das Ganze. Okay, 20 Sekunden ab geht es rein. 23.000 Aufruf und 4.000 neue Abonnenten haben wir dadurch bekommen. Wie heftig es das ist. Alter, die nimmt erstmal ein Video auf. Yo, 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 Leute. Was geht ab? Willkommen zu meinem Kampf gegen den Roboter. Haha. Und, oh, da ist der. Alles klar. Leute, was geht hier ab? Was müssen wir tun? Haha. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was wir immer tun müssen. Aber wir müssen, Alter. Wir müssen die Roboter jetzt besiegeln. Friss das. Oh ja. Wir machen jetzt so viel. Alter, fertig. Oh. Oh. Das war es. Na, super. Und das nächste. Jawohl. Cops and Robots wird hochgeladen. Junge. Das geht hier übelst durch die Decke. 5.000 Abonnenten. 6.000. Alter, Späne. Werden wir es schaffen. Komm schon. Let's go. 10.000 neue Abonnenten haben wir dadurch gemacht. Und 70.000 Aufrufe hat das Video einfach bekommen. Wie heftig ist das denn? Alles klar, würde ich sagen. Komm schon, Freunde. Let's go. Wir müssen noch ein letztes Video aufnehmen. Und dann haben wir die 50.000 Abonnenten erreicht. So, jetzt hier noch schnell schneiden. 97%. Ihr seht, der Schnittkünstler. Oh. Äh. Ist auf jeden Fall am Start. Ich gebe mein Best, die Videos zu schneiden. Aber die Videos sind zwar jetzt... Oh. Obwohl 90% jetzt nicht perfekt geschnitten, aber dafür perfekt aufgenommen. Mit voller Kraft. Ihr seht es. Wir haben unser Equip hier ein bisschen verbessert. Wir haben ja ein neues Mikrofon am Start. Hallo. Und das nächste Video wird hochgeladen. Und das bedeutet, Freunde, wir werden es gleich schaffen. Die 50.000 Abonnenten. Leute, abonniert meinen Kanal. Und komm schon. Oh mein Gott. Es geht ab 3.000 Abonnenten. Guckt euch das ganz mal an. Wie viele Aufrufe unsere Videos hier mittlerweile machen. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Aber wir müssen natürlich auch hier immer... Oh Alter, 500 Dollar. So einen Pfannkuchen. Den gönnt man sich auch mal nicht alle Tage. Aber, oh mein Gott. 12.000 Abonnenten. Das bedeutet, wir haben die 60.000 Abonnenten geknackt. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Darauf erst mal pennen gehen. Immer nachdem wir irgendwas erreicht haben, gehen wir schlafen und müssen uns ausruhen. Das bedeutet, Freunde, wir haben jetzt... Oh, warte mal. Noob. Hey. Wer ist hier Noob? Ein neues Spiel freigeschaltet. Oh, das trendet sogar das Spiel. House Simulator. Alles klar. Wir nehmen mal ein Video aus. Yo Leute. Willkommen zu meinem Video. Zu House Simulator. Wie habt ihr euch alle gewünscht. Und hier ist es. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Mal schauen, Freunde. Da stand drunter trendet. Dein PC ist kaputt gegangen. Verbinde die Kabel. Yo, was geht denn jetzt ab? Mein PC ist kaputt gegangen. Ich bin jetzt hier doch Techniker nebenbei. Boah, wie cool. Also, nein, nein. Eigentlich gar nicht cool. Okay, ich glaube. Habe den repariert. Ich glaube, das war's. Alles klar. Mal schauen, wir schneiden jetzt hier unser Video. Ding Dong. Alles klar. Das klingt an der Tür. Und öffnet die Tür. Okay. Mal schauen. Wer wird da wohl sein? Yo. Was war da? Wurde ich mit Pizza abgeworfen oder was? Alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Wir haben jetzt 16.000 Abonnenten. Und vor allem stand da ja auch irgendwie. Oh mein Gott. Der Roboter greift an. Also, das stand da nicht. Aber das stand da. Das ist trendet oder irgendwie sowas, das Video. Oh, Junge. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. 100.000 Aufrufe. Alter Schwede. 150.000 Aufrufe. Keiner kann dieses Video stoppen. 20.000 neue Abonnenten machen wir durch dieses Video. 30.000 haben wir fast gemacht. Und 300.000 Aufrufe. Junge. Das Video war wirklich ein total voller Erfolg. Wir stehen kurz vor den 100.000 Abonnenten sogar. Aber erstmal bist du dann, Kollege. Der Roboter. Den wir jetzt besiegen müssen. Okay, okay. Weil wir erstmal, ha, das Ganze nicht so gut klappt. Ich wusste nicht, dass ihr hier so Laser schießt. Leute, wir müssen wahrscheinlich aufpassen, dass wir jetzt hier frischt uns. Oh mein Gott. Nicht in. Oh. Irgendwann werde ich den bekommen. Aber, hä? Warte mal. Wir haben einfach ein Nokia-Handy bekommen. Alter, das ist ja ein richtig altes Handy. Aber besser als gar kein Handy. Yo, Freunde. Ich mache jetzt auch einen Vlog mit euch. Alte Schwede. Ah, wir können jetzt wirklich hier vloggen einfach. Während der und das ganze Livestream. Also, yo, willkommen zu meinem Vlog. Schaut euch das Ganze, Mann. Das ist ein Grashalm. Cool, oder? Oh ja, wir können jetzt wirklich hier uns das Ganze vloggen. Weil wir 50.000 Abonnenten freigeschaltet haben. Aber, Freunde, komm schon. Wir müssen noch ein letztes Video machen. Und dann haben wir tatsächlich... Oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Die 100.000 Abonnenten geknackt. Wie heftig ist das dann? Yo, Freunde. Willkommen zu mir, ich sei von Haustimulater. Abonniert meinen Kanal. Wir stehen kurz vor den 100.000 Abonnenten. Ich bin total aufgeregt. So, dann würde ich sagen, komm schon. Nice. Ab geht es, ab geht es. So, jetzt hier doch schnell... Oh mein Gott, hier das Video schneiden. Das muss jetzt perfekt... Alles klar. Das muss jetzt perfekt... Uh, sehr, sehr gut werden. Und das Ganze wird jetzt auf jeden Fall hochgeladen. Zack, hochladen. Und veröffentlichen. Und in der Zeit würde ich sagen, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich muss mir ein Eier mit Speck. 1.000 Dollar, Junge. Wie teuer ist das Ganze denn? Boom. Lecker, lecker. Aber dafür hat es auf jeden Fall gut geschmeckt. Das Video wird auf jeden Fall hochgeladen. Kommt schon. 100% und es geht ab. Das Video geht auch durch die Decke. Meine Fans feiern es auf jeden Fall mega. Ihr seht es, über 100.000 Aufrufe und 18.000 Abonnenten haben wir bekommen. Und wir haben ihn, den silbernen Playbutton. Für 100.000 Abonnenten haben wir das Ganze bekommen. So, wo haben wir das Ganze? Ich glaube, hier beim Bauen. Äh, war das hier irgendwo bei Dekoration Auszeichnung. Genau, Playbutton. Und da haben wir in Freude den silbernen Playbutton. Der kommt jetzt auf jeden Fall hier in. Boah, sieht derfd aus für 100.000 Abonnenten. Freunde, ich habe hier sogar in echt hier den Playbutton für 100.000 Abonnenten. Und für eine Million Abonnenten gibt es den goldenen. Und wir haben im Moment über 600.000. Das bedeutet, es fehlt, ja es fehlt doch schon einiges. Aber das meiste haben wir auf jeden Fall geschafft. Also freut natürlich auch diesen Kanal abonnieren. Wenn ihr wollt, dass ich auch den goldenen Playbutton bekomme. Freunde, da sind wir wieder angekommen. Und ihr seht es, es hat sich einiges getan. Wir stehen kurz vor den 1.000.000 Abonnenten. Unser Gaming Setup, alles hat sich verändert. Wir haben ein nagelneues Bett bekommen. Einen neuen Kühlschrank. Und hier, jo, sogar so eine Regenbogen-Gamings-Ecke. Oh ja. Und bald wird da nicht nur der 100.000-Playbutton stehen. Sondern auch der 1.000.000-Playbutton. Oh ja. Blue Xenna, dieses Video ist schlecht. Ja, laber mich nicht voll. Puffkiller, unlustigster YouTuber ever. Ja, ja, ja. Ja, Freunde, auch natürlich an euch. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten die Laune verderben. Oder sagen, ihr werdet schlecht oder so. Sondern glaubt immer an eure Ziele und Träume. Nur so könnt ihr es auf jeden Fall schaffen. Oh ja, Freunde. Wie zum Beispiel ich. Ihr seht es. Ich war auch ein YouTuber. Und alle schreiben hier hausse Kommentare. Aber, Freunde, Fleiß und Arbeit wird immer belohnt. Also glaubt immer an eure Träume, Freunde. Egal, was andere Leute über euch sagen. Oh ja. Und ihr seht es. Mittlerweile haben wir schon sogar ihr neues Spiel freigeschaltet. Adopt Me oder Adopt Us heißt das. Und jetzt werden wir das Ganze hochladen. Und ihr werdet staunen. Wie viele Abonnenten wir dadurch machen. Erstmal, Freunde. Auf den Schock müssen wir erstmal was essen. Ich hab Bock auf Pfannkuchen. Komm. Wir können uns... Ein bisschen Pfannkuchen auf jeden Fall. Und, alte Schwede, ihr seht es. Oh mein Gott. 400.000 Aufrufe macht unser Video. 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Eine Million. Über eine Million Aufrufe hat unser Video gemacht. Und 200.000 neue Abonnenten. Und wir haben ihn, Freunde, den goldenen Playbutton. Halleluja. Wo ist der, Freunde? Auszeichnung Playbuttons. Da ist er. Oh mein Gott. Da ist er. Der heilige. Eine Million Abonnenten. Den Playbutton in Gold. Boah. Den hätte ich gerne auch mal in echt. Ey. Der sieht wirklich total krass aus. Und ihr seht es, Freunde. Wir haben jede Menge Spiele. Müll. Ey. Hör aus. Komm da noch zu schreiben. Der schreibt auch Müll. Und die schreiben, du bist so lustig. Wir haben jede Menge Spiele. Freigeschaltet. Und sogar das letzte Spiel. Cupid. Aber davor, Freunde, zeige ich euch mal Block 7. Haha. Nicht Brookhaven, sondern Block 7. Oh ja. Nämlich gibt es natürlich auch das Spiel hier am Start. So, Freunde. Zack, zack, zack. Auch hier natürlich alles hier schön schnell aufnehmen. Ihr seht es. Oh, was ist das hier am Start? Wir haben ein Haus am Start. Alles klar. Dann als nächstes haben wir, okay, eine Oma oder so, die einen leckeren Kaffee trinkt. Oh, ich hoffe, es schmeckt natürlich. Alter, was geht die Hintergründe ab? Alter. Und die verwüßt das ganze Haus. Okay, okay, okay. Keine Ahnung, was das für ein Video war. Aber ich habe es ja aufgenommen. Also eigentlich müsste ich ja wissen. Haha, okay, da würde ich sagen, Freunde, kommt schon. Wir legen uns ein bisschen Schlaf in unserem Bett. Ihr seht es durch unsere neuen Upgrades, durch das neue Bett und durch das Spiele-Set. Da guckt euch das ganz mal an, wie schnell jetzt unsere Zufriedenheit blub, 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 hier nach oben geht. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Und dann snacken wir uns noch hier so einen kleinen Apple rein. Oh ja, lecker Apple. So, lecker, lecker Apfel. Alles klar, 250.000 neue Abonnenten haben wir dazu bekommen. Hör auf Videos zu machen, du Noob. Hey, das ist aber gemein von euch. Und wir spielen jetzt hier das letzte Spiel, Cupid, was wir freigeschaltet haben. Oh ja, ab geht's. Willkommen, Freunde, vielen Dank. Das ist ein Millionen Abonnenten-Special. Und in diesem zocke ich Cupid. Oh ja, ich hoffe, euch gefällt das Ganze. So, jetzt hier noch mein Video schneiden. Was haben wir am Start? Es. Und der Hund da so, oh, ich will nicht essen. Oh ja, so, zack, dann schneiden wir das hier noch fertig. Und boom. Es, es, es. Das mache ich die ganze Zeit. Aber, oh Gott, oh Gott, ey. Let's go. 1,4 Millionen Abonnenten haben wir mittlerweile. Das geht wirklich so, so schnell. Aber einmal, Freunde, will ich auch mal diesen Roboter-Kampf machen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und wir haben mittlerweile eine Million Case-Sugaben statt. Mal schauen, ob wir uns irgendwas... Jo, wir können sogar sprinten. Ja, merke ich ja früh. Mal schauen, ob wir irgendwas hier im Shop noch gönnen können. So, jo, die machen einfach einen Vlog. Jo, Freunde, was geht ab? Wir befinden uns gerade hier im Elektroladen. Und ich kümmere mich hier um die ganzen Sachen. Schreibt jetzt eine 1 in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich ein Mikrofon hole. Und eine 2, wenn ich einen PC holen soll. Oh ja, okay. Okay, das war das Ende vom Vlog. Tschüss. So, Freunde. Dann schauen wir uns mal hier um. Was wir hier so haben. Wir haben schon einige Sachen freigeschaltet. 2 Millionen. Oh mein Gott, kostet der nächste PC. Okay, das ist ganz schön teuer. Vielleicht können wir irgendwas holen für eine Million oder irgendwie sowas. Mal schauen. Wir haben hier Mikrofone. 1,4 Millionen. Alles klar. Ich glaube, die Sachen sind ein bisschen teurer. 1,6. Ich würde sagen, wir gönnen uns erstmal hier so ein bisschen Cash am Start. Oh ja. 10 Millionen haben wir jetzt am Start. Und damit gönnen wir uns jetzt hier die nächste Stufe. Nämlich ein Peer-Mikrofon. Oh ja, dann gönnen wir uns... Oh, das sind auch Mikrofone so. Oh, hier haben wir noch mehr Mikrofone. Alter, das sind nur Mikrofone. Dann gönnen wir uns hier den Peer-PC für 2 Millionen. Katsching. Ab geht es. Und dann hier noch einen Monitor. Hier, Peer-Monitor für 1,8 Millionen. Alles klar. Die geben uns natürlich noch mehr Abonnenten... Hä? Was haben die hier am Start? Jo! Die haben uns ja doch gar nicht... Wir haben doch diese Starter-Maus. Haha. Und ich würde sagen, komm, wir grayen die Maus hier direkt zur Peer-Maus für 1,4 Millionen ab. Alter, ich notiere sogar eine Tastatur. Die haben wir auch noch gar nicht. Alter, steht da 1,8 Millionen. Haha. Wir haben hier noch eine richtige Starter-Tastatur. Alles mögliche am Start. Ei, ei, ei. Das sieht wirklich ganz und gar nicht gut aus. Haben wir sonst noch irgendwas verpasst? Nee, ich glaube, nur Maus und Tastatur. Alles klar, Freunde. Und mit diesem neuen Equip gehen wir jetzt wieder hier zurück in unsere Wohnung. Und so sollten wir wahrscheinlich jetzt noch mehr Abonnenten machen. Kann das sein? Ich meine, wir haben die ganze Zeit mit dieser Noob-Tastatur und alles gespielt. Jo, das sieht ja krasser jetzt aus. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben genug Energie. Wir setzen uns ans... Oh, Videomacheran. Oh, der Roboter greift an. Okay, okay, Freunde. Komm schon. Jetzt müssen wir ihn noch besiegen, bevor wir uns an das Video machen. Los, 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 meine Freunde. Und ab geht es zum Kampf gegen den Roboter. Oh ja. Da sind wir. Oh, angekommen. Da ist er. Hahaha. Du denkst doch nicht ernsthaft. Du hättest eine Chance gegen mich. So sieht man sich also wieder. Und ab geht es, Freunde. Wir beschießen jetzt komplett. Okay, wir müssen am besten hier so immer... Oh mein Gott. In Bewegung bleiben. Er schießt die ganze Zeit hier solche Laser auf uns. Aber, Freunde, wir weichen dem Ganzen natürlich hier... Wow. Gekonnt aus. So, links, rechts die ganze Zeit hier. Ausweichen. Okay, sehr, sehr gut, Freunde. Die Hälfte von seinem Leben ist weg. Komm schon. Er kann nicht mehr... Wow. Alter, wir wurden fast getroffen. Er kann nicht mehr viel Leben haben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 20 Leben noch. Ab geht es. Ja, ja, ist das alles, was du drauf hast? Ist das alles? Okay, ich glaube, okay. Er hat mehr drauf. Jo, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Okay, jetzt dürfen wir bloß nicht hier nicht runterfallen. Und komm schon, Freunde, komm schon. Jawohl. Wir haben ihn fertig gemacht. Defeate der Hacker. Das war ein Hacker oder sowas? Oh mein Gott. Und wir bekommen fast 276.000 Cash. Alles klar, Freunde. Wir haben den Roboter endlich fertig gemacht. Das hat sich doch jetzt gelohnt. Alles klar. Und auch dann würde ich sagen... Und jetzt machen wir einfach normale Videos im Internet wieder. Ich hasse dieses Video. Hör auf mit YouTube. Du bist so lustig. Das war so gut. So, natürlich. Die Hater-Kommentare werden dir schön gelöschten. Ja, ja, ja. Und, uh, Cupid trennet sogar. Das bedeutet, oh mein Gott, wir bekommen wahrscheinlich jetzt noch mehr Abonnenten oder alles mögliche dadurch. Jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Wie viele Abonnenten wir jetzt hier durch das Video machen. Unglaublich. Alles klar. Jetzt müssen wir uns konzentrieren auf den Schnitt. Und zack, ess, sage ich jetzt erstmal ganz normal. Und der sagt so, nö, ich will aber nicht essen. Und ess, 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 ess. Oh ja, und dann ist der wirklich am Ende doch. Zack, dann würde ich sagen, laden wir das ganz hoch. Oh, wir sind ein bisschen müde, Freunde. Deswegen würde ich sagen, ach, gönnen wir uns ein kleines Nickerchen. So, dann schlafen wir ein bisschen. Dann, genau, unsere Zufriedenheit muss natürlich auch hochgehen. Und dann, Freunde, bin ich mal gespannt. Oh mein Gott, das Video wird hoch. Dann drei Millionen auf. Fünf Millionen. Alter, Junge, es geht ja... Oh, okay. Hey, es geht ein bisschen ab. Das Video geht ein bisschen ab. Jo, ich hätte auch gerne mal 20 Minuten Aufrufe auf dem Video. Haha. Und zwei Millionen neue Abonnenten mit einem einzigen Video. Dieses Video war so gut, als ich es stumm geschaltet habe. Hey, was redet der da für ein Quatsch? Alles klar, komm, Cupid, wieder aufnehmen, Freunde. Solange das Ganze noch trennet, müssen wir jetzt hier ganz, ganz viele Videos aufnehmen. Die kommen richtig gut an hier. Und dadurch bekommen wir sehr, sehr viele Abonnenten. Oh ja. So, jetzt natürlich auch hier. Das Ganze jetzt hier. Komm schon. Oh, 99,1 Prozent. Perfekt. Okay. Hey, das war jetzt nicht so gut. Und zack, let's go. Auch das Video haben wir jetzt hier erfolgreich fertig geschnitten. Und das Ganze wird jetzt auf jeden Fall hier hochgeladen. Ab geht es. Und das Video wird hochgeladen. Guckt euch das Ganze, man. Wie schnell mittlerweile wir Abonnenten machen. Einfach mit einem Video. Okay, es trennet wieder, Freunde. Ha, es ist immer noch am Trenden. Guckt euch das Ganze, man. Ich meine, wir haben so lange gebraucht für die ersten 100 Abonnenten oder irgendwie sowas. Mittlerweile machen wir 3,2 Millionen Abonnenten mit einem einzigen Video. Das ist wirklich sowas von heftig. Kennst ihr das jemals gedacht, ey? Okay, also ich auf jeden Fall nicht, vor allem mit so ein paar Videos oder sowas. Und dann mit einem einzigen Video. Alter Schwede. Okay, ich würde sagen, nächstes Video. Boom. Wird sofort hochgeladen. Ich brauche mehr Abonnenten, Freunde. Wir müssen jetzt auf jeden Fall richtig krass viele Abonnenten machen. Warte mal, Freunde. Wir gehen mal nach draußen. Gab es nicht irgendwas hier? Genau. Oh, wir haben schon automatisch ein besseres Handy bekommen. Guckt euch das Ganze. Warte mal, wer bist du denn? Quack, quack. Ha, was ist denn mit dem? Oh, warte mal. Ah, wir können jetzt sogar rein in die Wohnung. Können wir jetzt eine bessere Wohnung freischalten oder? Ah, nee. Das Update kommt wahrscheinlich noch die Tage. Ah, willkommen zu den Roblox. Schau dir unsere Liegenschaften an. Alles klar, die haben wir ja schon. Und wir haben die 10 Millionen Abonnenten geknackt. Alter Schwede, Freunde. Was geht denn jetzt ab? Ich bin hier raus. Ich habe 10.000 Abonnenten. Tschüss. Nein, 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 nein. Ich will nicht mit dir reden. Raus, raus, raus. Ab geht es. Wir haben die 10 Millionen Abonnenten. Yo, vielen Dank an meine Fans. Ich bedanke mich bei euch. Wir haben jetzt wirklich hier live on camera die 10 Millionen Abonnenten geknackt. Oh ja, oh mein Gott. Ich kann hier einfach ein schönes Video am Strand machen. Sag einmal Tschüss. Wir haben 10 Millionen Abonnenten geknackt. Da denkst du auch nur so. Alter, wer bist du? Lass mich in Ruhe. Oh ja. Oh mein Gott. Alter, was ist denn da hinten? Da ist so ein Playbutton. Können wir da irgendwie hinschwimmen oder sowas? Gibt es da irgendwas? Glowing, äh, Black oder so. Yo, Leute. Willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich glaube, ich ertrinke hier. Ah, meine Kamera geht kaputt. Hier, Wasser. Schnell hier raus. Ja, was ist denn Wasser, ey? Und wo haben wir das Ganze? Eine weitere Auszeichnung. Oh mein Gott. Ihr seht es. Ein Diamant-Playbutton für 10 Millionen Abonnenten. Oh mein Gott. Sieht der heftig aus. Schaut ihn euch mal an. Für 10 Millionen Abonnenten. Ich hätte niemals gedacht, dass wir wirklich eines Tages so, so viele Abonnenten knacken werden. Guck mal, wir können uns jetzt einfach das teuerste essen. Für 1.000 Dollar gehören wir uns das Essen. Wir haben jetzt wirklich die allerbesten und krassesten Sachen, die es gibt. Aber ich würde sagen... Oh, jetzt trennen gerade nichts mehr. Komm, ich würde sagen, wir machen mal ein, ähm, hier. Block 7-Video. So. Das hat mir auch lange. Ich bin... Jo, 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 jo. Freude. Willkommen zu meinem nächsten Block 7-Video. Wir haben wieder einiges an Geld verdient. Und mit diesem Geld müssen wir natürlich hier genau das Ganze in Equipment, ähm, so investieren. So, zack. Erstmal ein schönes Mikrofon. So, gekauft. Dann geben wir uns hier natürlich hier den nächsten PC für 14 Millionen. Alter, ein PC für 14 Millionen Euro. Stell dir das jetzt mal echt vor. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den kaufen würde. Haha. Ich glaube, ich würde zweimal überlegen. So, dann haben wir hier noch 12 Millionen. So, eine Tastatur. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch, genau, Mäuse auf der anderen Seite. 11 Millionen nur. Oh, ein richtiges Schnäppchen für eine Maus. Für 11 Millionen. So, was haben wir sonst? Ein PC. Haben wir den schon gekauft? Okay, einen PC haben wir. Ich glaube, eine Webcam. Genau, dann brauchen wir hier noch so eine Webcam auf der anderen Seite. So, dann geben wir uns das Ganze hier für 11 Millionen. Und perfekt. Und dann sollen wir doch hier unser ganzes Equipment hier fertig gekauft haben. Und richtig gut dabei sein. Dann gehen wir wieder hier raus. Sofort aus dem Shop. Aber wir haben noch 100 Millionen. Können wir damit noch irgendwas anderes kaufen hier? Ich glaube, Wohnungen können wir uns bald kaufen. Ah, diese Schatztruhen können wir noch öffnen. Vielleicht kriegen wir da irgendwas krasses raus. Komm schon, Freunde. Irgendeinen Router oder sowas. Und wir bekommen eine Kaffeemaschine. Oh, ja, lecker Kaffee. Das habe ich schon immer gewünscht. So, dann. Oh, das war es schon. Oh, wir hatten nicht so viele Juwelen gehabt. Alles klar. Dann haben wir eine Kaffeemaschine am Start. Ansonsten. Warte mal, was ist denn hier? Studios oder sowas. Können wir hier irgendwie rein? Hallöchen. Gibt es hier irgendwas? Oh, was ist denn mit dem? Ah, bei 10 Milliarden. Oh mein Gott, Abonnenten. Können wir uns wahrscheinlich dann rebirthen hier oder sowas. Alles klar. Aber wir müssen uns nicht rebirthen. Sondern würde ich sagen... Ist das der echte? Jo, ich bin der echte. Hallo. Cetix ist mein Name. Ich habe 81 Millionen Abonnenten. Was geht ab? Komm, wir machen ein Video. Jo, Freunde. Was geht ab? Ich habe einen Fan hier getroffen. Auf der Straße. Bist du der echte? Ey, wer ist das denn? Und hier ist eine Ente, Freunde. Guck mal. Okay, okay. Wir gehen jetzt sofort wieder hier rein. Zack, let's go. Und wir müssen jetzt hier Q-Pad abgehen. Das ist natürlich hier das nächste Video aufladen. Äh, aufnehmen natürlich. Weil, Freunde, ihr seht es. Wir haben 81 Millionen Abonnenten inzwischen. Das bedeutet, wir stehen kurz vor den 100 Millionen Abonnenten. Das bedeutet, das könnte jetzt wirklich das letzte Video sein. 99,9%. Junge. Perfekt geschnitten. Oh ja. Um das Ganze hier, oh mein Gott, zu machen. Alles klar. Und komm schon. Let's go. Oh ja. Aufnahmen. 100% schneiden. 95%. Ab geht es, Freunde. Das Video wird hochgeladen. Und ich würde sagen. Oh, ein Roboter. Der Roboter greift wieder an. Okay, okay. Komm schon. Ich fühle mich wieder mit dem Roboter an. Ich komme hier, Roboter. Und. Oh. Wir sind wieder alleine. Du und ich. Eins gegen eins. Hier sieht man sich also wieder. Haha. Oh, mein Video wird in der Zeit hochgeladen. Alte Schwede. Wir. Alter. Oh mein Gott. Oh, ihr seht es. 8 Millionen Abonnenten. 9 Millionen. 10 Millionen Abonnenten. 12 Millionen. Was geht denn ab? So, so viele Abonnenten. Alte Schwede. Und jetzt heißt es noch. Oh, man wird 17 Millionen Abonnenten. Wir haben. Was? 99,4 Millionen Abonnenten. Wir stehen kurz vor den 100 Millionen. Aber ich würde sagen. Bevor wir das Ganze jetzt erreichen. Müssen wir uns jetzt hier um den Kollegen hier kümmern. Oh ja. Und müssen wir dem Ganzen ausweichen. So. Oh. Mist. Nein. Da hat er uns besiegt. Aber, Freunde. Ich würde sagen. Yo, Leute. Wir knacken jetzt hier live. Im Livestream. Die 100 Millionen Abonnenten. Wollt ihr mit dabei sein? Macht jetzt auf jeden Fall alle einen Screenshot, Freunde. Wir vloggen jetzt hier die ganze Zeit weiter. Ja, wir haben es gleich geschafft. 99,6. Komm schon, komm schon, Freunde. Wir brauchen nicht mehr viel. Ab geht es. Yo. Wer will euch dabei sein? Oh mein Gott. Okay. Wir gehen jetzt über den Zebrastreifen, Freunde. Oh ja. Und jetzt gehen wir. Oh. Warte mal. Wir können sogar ein neues Handy freischalten. Wir für 10 Millionen. Alter. Dann haben wir ein neues Handy. Oh mein Gott. Noch 100.000 Abonnenten. Wir haben es geschafft. 100 Millionen Abonnenten auf YouTube. Oh mein Gott. Ist es denn zu fast. Und vielen, vielen Dank an alle meine Fans. Und wer bist du? Du craigst gerade meinen Livestream. Alles gut bei dir? Jo Leute, hier ist ein Fremdler. Der bedroht mich. Hilf mir. Okay, okay. Wir haben jetzt wirklich 100 Millionen Abonnenten. Wie heftig ist das denn? Okay, Freunde. Mal schauen. Wir machen noch ein letztes Video, okay? Wir machen noch ein Q-Pad hier Video. Mal schauen, wie viele Abonnenten wir dadurch bekommen werden. Indem wir ein Video machen. Das muss ja mittlerweile übertrieben krass sein. So. Zack. Nice. So. Dann müssen wir das Ganze hier natürlich noch schneiden. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch nicht volle Power oder so. Ich glaube, wir waren ein bisschen müde. Hatten ein bisschen Hunger. Also eigentlich können wir sogar theoretisch ein bisschen mehr Abonnenten verdienen. Aber, Freunde. Das Ganze sollte so passen. Boom. Ab geht es. Oh ja. Okay. Die Werte waren echt nicht so gut. Aber da, Freunde. 100 Millionen Abonnenten. Das bedeutet, Freunde. Wir haben ihn. Auszeichnungen. Wir schauen mal das Ganze. Ey. Hier ist gar kein Platz mehr. Okay, Freunde. Warte. Planänderung. Einen Moment. Wir müssen das Ganze so hier einmal. So. Das Regal kann ja hier so ans Fenster. Genau. Ich glaube, da ist es eh besser. Und der Rest muss jetzt hier verschoben werden. So. Zack. Der silberne Playbutton für 100.000. Der goldene für eine Million. Der Diamant für 10 Millionen. Und jetzt, Freunde. Wo haben wir das Ganze denn? Jetzt haben wir den Auszeichnungen Playbuttons. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ein Rubin-Playbutton für 100 Millionen Abonnenten. Oh mein Gott. Was geht denn da ab? Guck dich das Ganze, Mann. Und wir haben sogar, Alter. 25 Millionen Abonnenten. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Mit einem einzigen Video verdient. Aber ich denke mal, Freunde. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. mit dem heutigen YouTuber-Life hier. So sah auf jeden Fall das Leben als YouTuber aus. Ihr habt das gesehen. Yo, Vitamine. Können wir ein Foto machen? Ich bin dein größter Fan, ey. Yo, wir machen ein Foto. Ey, Vitamine. Damals warst du noch anders als so wenig Abonnenten aus. Auf einmal tust du so, als wenn wir uns nicht kennen. Haha. Kein Spaß. Aber, Freunde. Ich glaube, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir haben bei null Abonnenten gestartet. Und durch unseren Fleiß und durch unsere Mühe, immer weiter mit Videos durchzuziehen, zu aufzunehmen, zu produzieren, zu schneiden und noch vieles mehr, haben wir es wirklich geschafft. Der größte YouTuber mit über 100 Millionen Abonnenten zu werden, ey. Was geht denn da ab? Und dann würde ich immer sagen, Freunde. Das ist unser heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ihr liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.